übrigens mit ganz nah meine verletzten zu heilen es ist nicht zu bänden die Städte sind entfernt sein oder okay gealtert raus der Alfa zuerst, der andere hat nichts zu melden. Gegenschlag. Eine Uhr und zwei Wappenstreiche. Und tot sind sie. Der zielt doch auf uns. Aua, der trifft. Was haben wir denn da gerade? Zwei Waffenkenntnisse, er konnte ihnen nicht schaden. Wir müssen irgendeinen Weg finden, die Typen auf der anderen Seite anzugreifen. Ich würde sagen, dafür ist ein schneller Sprint. Nein! Nicht der Flut der Sterblichkeit, das ist jetzt echt scheiße. Wir müssen uns jetzt irgendwo in Deckung bringen. Morgen nicht sterben! Morgen, sie sind beide tot. Sie sind praktisch tot. Da lässt sich nichts mehr machen. Nein, Morrigan ist tot. Irgendwelche Befehle? Win. Beleben wir mal ganz kurz Morrigan wieder. Alice, das ist dumm. Das ist so dumm. Sie sind manchmal echt so inkompetent. Nein! Nicht für die Wiederbelegung unterbrechen. Böse, das ist ganz böse. Komm, und steh' schnell auf. Das kann nicht wahr sein, wie... Das sind so dumm. Die rennen ja alle überall quer rum. Und bleiben nicht da, wo ich einen Befehl lasse. Sie da bleiben sollen. Wir müssen uns erst mal wieder sammeln, bevor wir jetzt im Angriff gehen können. So, jetzt schnell eine Gruppenheilung. Und jetzt schnell die ganze Gruppe sammeln. Hier... Da... Da so. Und sie sind dumm genug, uns hinterher gerannt zu kommen. So grüße ich. Alle auf den Gesandten. Genau so wird es geschehen. Ja. Ich würde sagen, wir müssen die irgendwie ausdünnen. Aber ich glaube, Win braucht dafür erstmal ein bisschen mehr Mana. Also... Trink mal einen Lyrium-Trank. Und weh, du trinkst jetzt nicht. Zeigt uns die Richtung. Und Morrigan braucht auch erstmal einen Lyrium-Trank. Gut. Machen wir uns die Hände, Schmutzin. Machen wir Gruppenheilung. Scheinbar haben unsere Leute beschlossen, dass es doch besser geht, jetzt einfach den direkten Sturmangriff zu probieren. Scheiße, Felsen. Und hier oben ist ja eine ganze Armee. Okay. Wir brauchen einen Wurtumschlag. Einen schwachen reicht erstmal. Ich sag dir, nimm den schwachen Wurtumschlag. Und jetzt dreh dich einmal. Das müsst ihr nicht. Da der Ora irgendwie dumm genug ist, stehen zu bleiben, nicht denn wir müssen davon profitieren sollten. Und da hat's das Schmennig. Jetzt irgendwas rumheizt. Strat. Gegenschlag. Oh Gott, wir kriegen Verstärkung, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Win. Win. Wir brauchen... Trink das. Los. Mach ne Gruppenheilung. Schnell. Wieder verschwinden die ganzen Leichen. Find ich nicht gut. Zweifelstreich. Nein. Der hat ihn nicht genommen. Trink. Nimm den Wundenschlag. Der nimmt ihn nicht. Der hat ihn nicht genommen. Ich versteh's nicht. Ach, jetzt hat er ihn genommen. Und noch ein Kreischer. Ich glaub, wir sollten vielleicht Verstärkung zur Hilfe rufen. Ich würd sagen, wir rufen mal die Zwerge. Mal schauen, ob die Rechte hier ankommen. Das sind schon die ersten Zwerge. Ach, das ist die Legion. Ist das richtig? Legion der Totenrächer. Die Legionäre sind dabei. Das ist sehr gut. Wenn die Legionäre dabei sind, dann können die Zwerge eine gute Macht darstellen. Nicht umsetze Leder oder Wurstung aus Dragoleder. Aber das brauchen wir alles gar nicht. Speichern wir nochmal. Und dann greifen wir da direkt an. Von der anderen Seite dürften die Zwerge attackieren. Okay. Oh, die Falle. Morgan. Schmiere. Wir sind drüber ausgerutscht. Und Morgan auch. Alles da. Nein. Verhaltet euch mal bitte alle zurück. Vielleicht können wir sogar die Schmiere gegen die selber aus... Nee. Wind. Auch ausgerutscht. Ja. Morgan. Der Feuerball muss da hin. Und dann haben wir ordentliche Lücke reingeschlagen. Schnell zum Angriff. Der Hörlachgesandte muss da auch schnell sterben. Bevor sie uns mit so einem komischen Flug der Sterblichkeit belegen können. Umdrehung. Der Gesandte muss sterben. Gerade von höchster Priorität. Kampf raus. Wer war für Streit? Morgan. Kann noch ein Feuerball machen. Hat sich schneller regeneriert, sag ich mal. Dahin. Warum macht sich nicht ein Feuerball? Ach, der hat sich schon... Der hat sich losgeschüttet. Gut. Nein, da hat er es gemacht. Da hat er es gemacht. Müssen wir uns kurz probieren, ob es funktioniert. Alistar. Renn schnell dahin und säure das Gebiet. Die Merge müssen davon abstand halten. Zieht ihr euch dann bis dann ein bisschen zurück? Nicht, dass Alistar euch mit reinigt. Wieso? Wieso? Zu geringer Ausdruck. Das haben wir doch gerade... Wir haben gerade... Ach, Alistar hat es geschafft. Danke, Alistar. Tempel haben doch ihren Nutzen. Wir brennen übrigens noch. Der Feuerball hat uns ebenfalls nicht so gut getan, glaube ich. Der hat dann ein Feuerball reingesammelt. Da ist doch so ein scheiß Gesamter. Blitz. Blitz. Da kommt noch viel mehr raus. Aua. Morgen können wir nicht nur daumen. Oh, jetzt stirbt er da hinten hier. So soll es nicht sein. Warum? Nimm der nicht den verfickten Wundumschlag. Nimm den. Dann nimm den schwachen. Mit dem normalen. Denk nicht. Der wirkt nicht. Der wirkt nicht. Der wirkt sich wirklich tot. Ich glaube, das ist ein Ruckel. Eigentlich müsste es ein Lag. Das ist eigentlich ein Lag. Ein Lag ohne Internetverbindungsprobleme. Ich verstehe die Welt nicht. Trink. Komm. Regenere das verkackte Lyrium. Das Mana. Alistair. Alistair. Nein, nimm einen schwachen erst mal. Das bei Morgan das komische Mana angeschlagen hat. Komm. Mach. Heil einfach Alistair so. Der hat ihn nur nicht genommen. Alistair ist tot. Wir müssen noch kurz was verschlingen. Genau so was es geschieht. Aber es wurden von so einem Typen umgeworfen. Und die hat den. Nimm den großen. Nimm den. Nimm den. Alter. Die so wiegt das. Die. Die nehmen den nicht. Die. Die nehmen den nicht. Die. 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 Leck mich! Leck mich am Arsch! Diese Verzögerung kotzen einen echt an! Nehmen wir jetzt den Wundumschlag! Der nimmt... Ich... Ich krieg wirklich ne Krise! Der nimmt nicht! Egal was ich da mache! Der nimmt's nicht! Der will es einfach nicht nehmen! Und jetzt musst du willen, wenn man den Tag alleine... Das schafft die nie! Können wir gleich neu laden! Danke! Oh, jetzt bin ich mit der Hand gegen das Mikrofon ans Headset gekommen! Toll! Wollen Sie Verzögerung verstehen? Ich versteh nicht, wie das kommt! Dann muss ich mal einen Schluck Wasser trinken! Sekunde! Au! Ah! Moment! Sekunde! So! Wieder da! Ah! Ah! Wir haben die Zwerge gerufen! Ach! Da sind sie! Drei! Drei! Wo ist die Zwergenarmee? Zwergeninfanterie ist da unten! Ach ja Gott, da nicht mitnehmen! Ach! Der nicht mitnehmen! Wo bleibt der Rest? Los! Folgt eurem Wächter! Speichern. Zum Angriff. Okay. Wir schicken Morrigan vor. Wir wissen, was da eine Schmierefalle ist. Haltet mal alle. So, Morrigan soll da ganz schnell mal so einen Feuerball reinsemmeln. Nein, nicht, nicht. Ich hatte verstanden, ist gut. Dann soll sie jetzt ganz schnell mal den Feuerball da reinsemmeln. Schnell. Und jetzt hör auf mit Halten. Wohin soll ich gehen? So, mit der Hilfe der Zwerge. Einmal hier kurz durch. So, mit der Hilfe der Zwerge können wir den hier auch schnell unterbrechen. Oder auch nicht. Alistair. Geh mal ganz kurz. Ein Heiliges zerschmettern auf den Typen da. Oh, die Zwerge kriegen gerade richtig auf die Fresse. Ich würde sagen, Ruin, rein in die Aura. Ich sagte, rein in die Aura. Gehst du wohl rein? So dürften die Zwerge besser am Leben bleiben. Morrigan, da ist so ein Legionär, der zum Sterben ist. Kannst du den mal heilen? Ich weiß, das ist von der Legion der Toten. Die wollen nur gegen die dunkle Brut sterben, aber... Okay, er ist gestorben. Aber es ist nur die Legion der Toten, also sie sehen auch mal nichts, sie werden. Gegenschlag. Unruhe. Können wir nicht, weil wir keinen Ausbau mehr haben. Ein Zwerg ist tot, als tot anerkannt worden. War wohl ein Legion... War einmal einer der Legionäre. Oder der Legionär. Und der zweite Zwerg ist gestorben. So, der Gesandte muss sterben. Der dritte Zwerg ist gestorben. Der Gen-Log-Alpha, ja. Drei Zwerge? Na gut. Sagen wir mal, es gibt Hälfte. Der Fall ist gestorben. Du musst keinen Kampf mal gehen, nochmal gehen. Ist erledigt. So. Erledigt. Fünf Zwerge sind dabei drauf gegangen, diese Erstellung einzunehmen.